Also mein persönliches Erfolgsrezept in der Gastronomie ist, ein Konzept zu entwickeln und das wirklich konsequent und hartnäckig umzusetzen. Gut, wir haben dann einmal nicht den Maß, aber die Kategorie gewonnen mit einem unserer Betriebe. Der Mehrwert ist einfach vor allem, denke ich, innerhalb des Betriebes cool. Die Leute freuen sich, es gibt so ein bisschen, aha, wir sind was. Und das kann man dann auch irgendwie mit den Gästen gut ausleben.